ich hoffe der live stream läuft man. Mal schauen. Einfach mal ein bisschen League of Legends. Na England oder England? Keine Ahnung. Ich hoffe, mein Mikro quali geht auch. Ich muss sehr kurz und mein Handy prüfen. Wenn nicht, dann scheiße ich drauf. Egal im Ernst. Nur mein kleiner Beitrag für eine bessere Welt. Das ist ja mal was. Soundquallig, glaube ich. Pass auf. Ja, Soundquallig, pass auf. Hoffentlich fällt mein Internet nicht aus. Wunde gehen? Ja. Wunde, wunsch mal, dass die da. Und noch nicht mehr. Ja, ich will, komm, aber noch nicht zurück. Auf meinem Fall, League of Legends. Dieses garantiertes Akschan. Und ich wirst bei dem Moment ein bisschen zu zopmern. Und jetzt wird es doch einfach mal ein bisschen Rutsch und Geruch gegen Sieg gehen. Mh, ja! Mh, Kata ist gut. Mach schauen, was wir so für Gegner haben. Jin, Morgana, Yee, Yon. Ach, die haben mehr Zeit. Habe ich keinen Bock auf den. Stufen. In Stufe 5 war Jin. Und eine Morgana Stufe 6. Die anderen, okay, Gen Yon hat schon 230 Kills. Unsere Mates Stufe 6, Stufe 4, Stufe 5. Und niemand. Und... Dinger. Aggressive Morgana haben sie. Ach ja, da spielt nur Jin. Was ist das für ein kleiner... Ja. Jo, Neuling. Ja, da ist ein Match gezockt. Der hier... Bei dem steht nichts. Ich glaub, der ist kaum kacke. Ja. Ja. Es gibt Dinge zu erledigen. Rechnungen zu begleichen. ... Wie ich... Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Soll ich euren Puls hochtreiben? Oder ihn stoppen? 30 Minuten ist so wahrscheinlich wieder was ab. Entschuldigung. Entschuldigung. ich kann sie mal jemand der immer die regeln befolgt hat sie ist tot der schienen erstes manchmal braucht das schicksal nur einen Sobald sie mich sehen, ist es zu spät für Vergebung. Manche Leute wollen einfach nicht mit ihrem Leben bezahlen. Manche haben einen Schlag in die Magenbube verdient. Einmal ein Halunke. Einmal ein Halunke. Einmal ein Halunke. Nein, komm! Ein Halunke zeigt dir viel, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Einmal ein Halunke. Ein Halunke. Einmal ein Halunke. Ein Halunke. Ein Halunke. Ein Halunke. Alles leere Worte. Wir sind, was wir tun. Wurde der gerade dreimal von meiner Fähigkeit getroffen wegen dem Geist. Ein Halunke. 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 mal wieder die runde jemand hat mich bestraft ganz schön frech lasst die finger vom erlöser niemand soll ich eine waffe besitzen gegen das sehe ich an das zweite komplett rein jedes mal wenn ich einen hab ist er komplett am reinscheißen es ist einfach so dass ich eine mails krieg also von den guten spielern gestehen du weißt warum ich hier bin leute ohne greifhaken was denken die sich dabei ja das böse ja ich mach hier Die Einsicht kommt zu spät. Manchmal sehe ich mich selbst nicht kaum. Wer ein Leben nimmt, dessen Seele ist davon gezeigt. Ich habe eine ganze Menge Tricks im Umhang. 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 Ich habe eine ganze Menge Tricks in einem Umhang. Ich kenne die Stille eines einsamen Lebens nur zu gut. Wer ich bin, dass ich über Leben und Tod entscheide? Ha, niemand Besonderes. Wie der mysteriöse Boomerang kehre ich immer zurück. Immer dieses nervige Gewissen. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner dominiert. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich muss unbedingt wieder die Englischen reinpacken. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich schieße anderen ungern in den Rücken. Ich will doch ihre Überraschungen sehen können. Verbotene Orte sind die spannendsten Orte. Gehe ich gerade nach oben? Dann gehe ich wieder runter, okay. Let's try. Ich will nur den Chin rausnehmen. Chin Morgana. Chol. Schon aus dem Handreich. Das Urteil ist gefächt. Ich berette keine Wege, als ich tue zu 7. Sie wird ein ganz klein Weg. Ich habe ihn noch zu geholfen. neuanfänge sind nichts schlimmes das sage ich mir jedenfalls alles leere Worte wir sind was wir tun ein Gegner wird zum Berserker ich schieße anderen ungern in den Rücken ich will doch ihre Überraschung sehen können und jetzt meine großartige Flucht drei Tage ist so Das ist ein Schicksal, das ist ein Schicksal. Ich bereche keine Regeln, ich fiege sie nur. Ein ganz klein wenig. Irgendwelche letzten Worte? Oh, what the fuck? Is that range? Shadia ist jetzt enttäuscht von mir. Hätte ich mal bei ihren Lektionen besser aufgepasst. Es gibt Dinge zu erledigen, Rechnungen zu begleiten. Es ist so fechig. Was ist das? Das ist so fechig. Das war's für heute. Manche haben einen Schlag in die Magengrube verdient. Denk darüber nach, was du getan hast. Ich lache über den Tod. Ha! Hast du gehört? Hey! Angeschlichen! Eine Verbinde, da wurde getötet. Und jetzt erschieße ich dich! Oh, ich kann es nicht so weit, einsam im Leben. Oh, ich verstehe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, das ist eine Runde Oh nice, wir können schon wieder die ganze Eventzeit abgeben Das Spiel hat gefühlt das ganze Event durch Oh Svayı da muss ich auch jetzt Okay. So, damage zu mir, ja. das ist sehr geil nur mein kleiner beitrag für eine bessere welt jetzt machen wir noch Edis Elena Reckless Hero ein geiler Name set, wo wir es nicht als Edis Elena Ja, könnte klappen. Drei Wiedergaben, zwischendurch wiedergearbeitet, drei Sekunden, läuft. Nice. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Manchmal braucht das Schicksal nur einen kleinen Schuss. Verteidige dich! Wer ein Leben nimmt, dessen Seele ist davon gezeichnet. Du weißt, warum ich hier bin. Eine gerechte Strafe. Kommt sofort. Ich bereche keine Regeln, ich biege sie nur. Ein ganz klein wenig. Wie geht es? manche haben einen schlag in die magenschule ich lebe nach meinem eigenen kodex sein der einzige weg aus diesem chaos ich kannte mal jemand der immer die regeln befolgt hat sie ist tot wie der mysteriöse boomerang kehre ich immer zurück was die finger vom erlöser hieß es niemand darf solch eine waffe besitzen sehe ich anders ein gegner wurde getötet zurückgeholt durch das licht bla 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 die 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 Hast du gehört? Immer dieses nervige Gewissen. Verabschiede dich. Schleichen ist meine Werte. Und jetzt erschieße ich dich. Ja, das Böse ist nah. Das wird dir gefallen. Ich habe eine ganze Menge Tricks im Umhang. Spielen wir später weiter? Alles leere Worte. Wir sind, was wir tun. Das wird dir gefallen. Sobald sie mich sehen, ist es zu spät, übergeben Ein halunke zeigt dir viel, wenn er sich unbeobachtet fühlt In die Köpfe, vorsichtig Marvellous Das ist eine Seite, das ist echt Es ist vorbei Ah, schön Viele Möglichkeiten für meinen Greifer Ich kann und gehe, wenn es niemand erwartet Typisch Aksha Wer ich bin, dass ich über Leben und Tod entscheide? Ha, niemand Besonderes Ein Verbündeter wurde getötet Berserker Terminiert Ist es falsch, Mörder zu ermorden? Darüber denke ich später nach Leute ohne Greifhaken Was denken die sich dabei? Kann nicht reden Wächterangelegenheit Das ist extrem wichtig Hast du mich vermisst? Oh, wie? Auf! Haha! Schmerz muss empfunden werden Neuanfänge Neuanfänge sind nichts Schlimmes Das sage ich mir jedenfalls Ein Gegner wurde getötet Manche Leute wollen einfach nicht mit ihrem Leben bezahlen Ein Verbündeter wurde getötet Manche haben einen Schlag in die Magengrube verdient Ich schieße anderen ungern in den Rücken Ich will doch ihre Überraschungen sehen können Wer ein Leben nimmt, dessen Seele ist davon gezeichnet Ich habe eine ganze Menge Tricks im Umhang Zieh in die Hand Das sind die Lockdown Das eine farembringt Das eine gute Magengrube Das ist die Magengrube Und das sind die Magengrube Und das haben sie mit dem Ich dachte, zwischen uns wäre was. Rücksicht wäre die bessere Option gewesen. Lass mich. Oh, Banane ist ein Weißschritt oder ist immer noch, keine Ahnung. Geht erst mal eine Liste rein. Leute ohne Greifach, lass die sich da rein. Ganz heiß, ich meine ganz heiß. Sobald Sie mich sehen, ist es zu spät für Vergebung. Haha, ist ein Überstoß. Oh, die Tore. Ja, würde sagen, wir sind quitt. Ich kannte mal jemand, der immer die Regeln befolgt hat. Sie ist tot. Manchmal sehe ich mich selbst nicht kommen. Ja, genau so. Ist es falsch, Mörder zu ermorden? Darüber denke ich später nach. Haha, verbotene Orte sind die spannendsten Orte. Alles leere Worte. Wir sind, was wir tun. Ich kann einfach laufen. Ich kann einfach laufen. Ich habe ja 80 km gekauft. Ich kann im Moment. Bis zum nächsten Mal.